Wie geht's sowas von ab? Grimsel, sag mal was. Ja, meisten Leute. Sackhane. Ey, wir haben gerade so richtig... Oh Gott, Conny. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein, nein. Wir haben gerade noch über... Nein. Oh nein. Conny. Nicht für YouTube. Doch. Also, Conny, okay, fahre fort, fahre fort. Wir haben über Iggy Azeda gesprochen, sie nenne ich jetzt einfach, ja? Azalea ist. Iggy Azeda oder Iggy Azeda, wenn man jetzt komplett deutscher sprechen würde. Ja, die auf jeden Fall gerade ziemlich aktuelle Musik macht, noch ziemlich... Hä, die macht schon seit Jahren Musik, aber... Oh cool. Ja, sie macht schon länger Musik. Aber sie ist jetzt gerade auch mal wieder mega im Mund. Ja, genau. Conny... Hä? Ich bin jetzt ein Zuschauer. Ich bin ein Zuschauer, Conny. Du beantwortest mir am Fragen. Conny, aber warum ist die denn in aller Munde? Jetzt sind dein Penis in die Hand und alles ist gut. Ja, nee, das war jemand anderes, Conny, jetzt beantworte ich bitte die Frage. Du hast das scheiß Thema angesprochen, du darfst doch... Okay, also... Dann gib ich das auf Ready. Ich frag das auf jeden Fall. Ähm, nee, das Problem ist dann, wenn ich das mache, dann geht sofort der Timer los. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich dran bin. Ja, komm, Conny, du musst jetzt auch schon unter Beeinflussung... Ähm, weiblicher... Weiblicher... Reize. Ich hab auf einem Video von ihr gefunden, äh, gefunden, wo sie halt Mon Nippe-Wilzer sieht. Daraufhin sind Grimms und ich ins Gespräch gekommen mit YouTube-Richtlinien und wie Arze durchgenommen werden. Ja, nee, also Conny hat sie halt gefunden aufgrund einer gewissen Sache. Gibt einfach ihren Namen ein und der erste ist der Link von der Build von NTF und... Äh, NTF, alter. Ähm, ja, der beschreibt halt, warum Conny auf sie gestoßen ist. Und ja... Da, ähm, hat Conny sich ein Musikvideo angeguckt und... Und was war da noch mal genau zu sehen, Conny? Ne, war halt mir nicht viel zu sehen durch so ein Ketten... B-H... Mio-Watt, halt, keine Ahnung was. Genau, und... Da meint Conny... Daraufhin sagte Conny... Das Video wäre auf Facebook gespeckt gewesen, selbst auf YouTube. Ist das schon grenzwertig? Nein, das stimmt nicht. Ich hab danach... Äh, einfach mal Penis eingeben. Die Suchanfragen von Grimsel einen Link geschickt. Da findet ihr so viele Bilder über Penisse. Ach was? Ach was? Ach. Wenn ich jetzt Bomb 2 eingebe, finde ich... Finde ich auf einmal more immer Videos. Erklär mir, wie du denn auf einmal... Wie du die Bomb... Daraufhin sagt Grimsel... Es ist nichts... Schickt mir ein Video von einer, ähm... Frau, die sich grad unten in den Intimbereich enthart... Und daraufhin sagt er... Du kannst theoretisch gesehen jetzt ein Video aufnehmen, wo die die Sackhale, äh... Sackhale wachsen. Ich sagte... Die YouTube Richtlinien sind leicht zu hintergehen. Du kannst theoretisch gesehen alles hochladen. Weil... Die YouTube Richtlinien ein... Oh man, ich muss am Mikrofon richtig positionieren. Weil die YouTube Richtlinien schon fast alles egal ist. Also... Ja, und du hast dann noch das Beispiel den Sackhalen genannt. Daraufhin hat er einen rumgeheult. Da hab ich die Aufnahme gestanden. Nein, okay, warte, warte. Fangen wir nochmal neu an. Ich hab gesagt, du kannst theoretisch gesehen alles hochladen. Zum Beispiel könntest du... In dem Fall meinte ich Conny... Ähm... Theoretisch gesehen auch hingehen. Und... Ähm... Hier dann... Ja, dann kam ich auf Sackhaare wachsen... Ja, entfernen. Und... Eigentlich... Eigentlich wollte ich... Ja, die Zone da drüber meinen. Aber... Bist du die Grimselstypsten? Ähm... Ja, aber... Dann hab ich... Dann hab ich... Dann hab ich geweint. Weil... Das Wachsen der Sackhaare... Das Schlimmste wär, was ich mir vorstellen. Alter! Und... Und... Ja, sicherlich, Alter. Ich steh da drauf. Mal so Christ hoch 10, ey. Und... Ähm... Ähm... Ja, da hat er die Aufnahme gestartet. Der Trick dabei ist eigentlich, sich das nicht vorzustellen. Aber das schafft es ja nicht. Ja. Und ich jetzt sage, denk nicht mal an den Elefant. Ja? Seht ihr? Hat's bestimmt an den Elefant gedacht. Äh, Peltasten. Ja, ja. Denk jetzt nicht an Sackhaare wachsen. Oh, fuck, Alter. Also, Leute. Conny und ich. Natürlich in gewohnter Qualität. Ich hasse mein Leben. Ich hab schon... Ich hab schon den Titel für dieses Video. Oh, nein, Conny. Oh, nein, Conny. Bitte nicht sag... Nein, sag's mir nicht. Iggy. Aselas. Nippe Blitzhaar. Na... Oh, mein Gott. Oder... Ähm... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So entfernen sie ihre Sackhaare. Oh, nein. In WOM 2. Ja, in WOM 2. Ah, das ist Klickheit pur. Oh, Gott. Conny. Leute, ne Blitz für mich über die Übel, wenn ich diesen Titel reingehauen habe. Doch, ich weiß jetzt schon, dass das getan ist. Der Ball lag auf dem Elfmetergrund. Das Tor war leer. Der musste rein. Oh, Leute. Der musste rein. Ich versuche hier wenigstens hier... Also, nicht ganz so freudig zu sein, aber das ist jetzt echt markant. Ja. Also, ich hoffe... Ihr hattet bis jetzt auch einen Spaß. Ist es heute noch schlimmer? Genau. Ja, Conny. Ja, Conny. Was machst du denn gerade? Meint mal, bin ich dran? Ja. Oh, fuck! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ich bin dran! Und du merkst es nicht. Ähm, ich bin schon am Ende meiner Runde. Gott sei Dank. Das ist ja gut. Oh. Oh. Oh, fuck! Das wäre jetzt immer geil. Wollte ich werden. Oh, fuck! Du hast den Puls erstmal auf 180. Ja, oh, man! Ihr solltet wissen, ich habe den Spiel schon verkackt. Irgendwie. Ja, ich musste Conny den neu zu schicken. Scheiß, Conny. Ja, das ist einfach nur der Safegame, bevor ich die Runde beendet habe vom letzten Part. Oh, Gott! Ja, du warst bestimmt gerade auf 180. Oh, Junge. Ich dachte gerade, oh, shit, ey. So, es hat Conny nur 5 Minuten. Und ja. Leute, diese Themen, die wir... Oh, nein! Hurensohn von Pontas, Alter! Deine... Qualität. Deine Qualität. Ruhe und Gelassenheit. Ich versuche ja auch hier, den Leuten Wissen zu vermitteln in dieser WOM-2-Kampagne. Um ihnen zu zeigen, wie man gegen hässliche Römer vorgehen kann. Ich spiele einfach nicht gegen Römer. Ja. Ist alles okay? Ja, ja. Ich sag mal, einige Leute hier ohne Krebs bekommen, gerne. Ich kümmere mich um das, was ihr noch nicht habt. Grimsel weiß, wie man sich die Sackhaare entfernt. Oh Gott, Conny, Alter, bitte. Tut mir leid, du hast es in Nivea gesungen. Ja, aber du hast doch... Du kamst doch an damit. Aber es war doch nicht meine Schuld. Red dich nicht damit raus, Grimsel. Ja, aber... Oh... Oh... Leute... Bitte helft mir... Ah... Leute, ihr könnt wie immer, um zum Thema zurückzukehren... Armeenamen in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Scheiß du die Armeenamen, da muss ich gleich mal öffnen. Ja, da habe ich auch... Ich kann es aber nachträglich machen. Ich höre mit OBS gerade auf. Ich mache es gerade mit YouTube. Geht auch schnell. So. Sorry, Leute. Ich mache es einfach, wenn du dran bist, gucke ich bei YouTube rein und dann fände ich den Namen. So. Jetzt bin ich pleite. Okay, Conny, ich kann dir deine Meinung sagen, du sagst mir meine, weil ich mache das über YouTube-Kommentare hier. Ja, das habe ich auch gerade vor. Das habe ich auch gerade vor. Okay, gut. Ich bin jetzt eingeschaltet, was? Okay, warte, bei die Leute haben bei mir gerade stattbild, weil ich halt nicht gerade im Spiel so ist, jetzt heute. Ach, Conny, Alter. Jetzt kann ich mich nicht mal konzentrieren. Ich auch nicht. Conny, bei mir stock... Hast du die Runde beendet? Nein. Die Zeit blieb gerade kurz stehen. Hast du das ins Spiel rausgetackt? Nein. Nein, aber wieso? Hab ich gar nicht. Wieso? Wieso? Was? Hä? What? Hey, Conny, mit dir aufzunehmen, macht echt keinen Spaß. What? 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 poraß alle Leute von euch, die sich denken, ich wollte auch könnt. Ich würde auch gerne mal mit YouTuber anfangen. Ich war bei einem Konnyil. Nein. Nein. Ich habe es mir auch vorgestellt. Ich war ja auch mal ein Zuschauer unter seinen Videos und habe man kommentiert. Und wurde so. Blofeld. Wie bist du drin? We." Ich bin ein Prinzip. Das war deine Schuld, dass ich gerade aufnehme. Weil du randum die Aufnahme startest. Wo ich mich aufnehmen muss. du hast jetzt ja für mich ja möchte geben oder wie oder wie jeder okay der erste name ist das kommt jetzt die dunkle region die dunkle legion erwartet nach weiter und ich wurde überstand mit leute ja kommen die beiden kommentare unter mein video ist schlimm bist du traurig war ich bin sicher dass so viele kommentiert haben ja eben haben wir uns auch dankeschön für die kommentare operation er schreibt penetration beim jetzt penetration nehmen oder was aber neben konink penetration oder wie ja ich würde ja kann man die kann ich verälscht oder richtig also rechtschreibmäßig ich habe noch zwei minuten da ist gar nicht wie es geschrieben wird hatte ich schicke die armee nach der war operation penetration das passt weiß ich nicht mal nein das ist kommt das ist das ist rechtschreiblich nicht falsch es passt rein ich bin es hat selber geschrieben operation findet das habe ich noch von clemens kann ich bin das 15 zentimeter ok das ist die armee für die macht sich platt was war mal der davor dem für ihn wer hat jetzt wenigstens zentimeter davor die amina ja das habe ich dir geschrieben du willst weil ich wollte sagen was du sagst die latein der haute kommen ja ja diese tisch ja koni ich bin gerade nicht im spiel drin das sorgt dafür dass ich ein stampel habe in ob es ist das wollen die zuschauer nicht die lateinischen töte wir brauchen mehr amina mutter meine videos kornis amina schreib oder kornis amina aber ich werde aggressiv ich gebe dir auch recht und die amina von mir halt halt jetzt konnte ich bin ich bin durch heute halt jetzt jetzt rede ich ich frage mich was die zuschauer sich denken ob die leute das jetzt wirklich feiern oder ob sie einfach nur sich hängen ob die feiern das längste ja glaube ich wirklich eine handig sind unsere rissen so was auch leute ich wollte einen seriösen youtube ich habe mit corny zusammengearbeitet an die wand geschmissen habe ich meinen kanal sofort sofort und dann kann corny an dieser videos schreibt montag ins videos penis wie viele haben es gemacht selbst in heutigen info videos von mir noch finde ich kommentare wie ach ja wegen der tradition der erste namen für dich dampf walzer hatte ich guck mal wenn wir mal naja wie kämpft okay dampf aber das ist normaler name corny ja ich suche gerade kann ich mache ja schon armee vorschläge hast du sogar also es gibt drei die versager und hashtag los die leute die sich wissen sind selber schuld ja schaut rocket league sonst habt ihr ein problem verlinkt genau dem moment das video du kannst es ja per youtube die jetzt perfekt verlinken ich finde ich finde es ist ein verlinkungssystem voll geil mit dem abspann und so weiter allerdings die infokarten ist auch corny ist zu groß für mich ist noch eine armee name ja warte warte okay komm sagt mir jetzt einen von denen nimm einfach mal wie viele armeen namen hast noch frei 3 3 dann immer zu fällig gut da wird das vorne ich kann kein englisch ja nein ich habe eine andere idee nein 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 das meine ich ja genau genau dass man das meine ich ja gerade so geschrieben nein ich habe es ja auch gerade so ich habe es gerade mit den zwei geschrieben ich meine eher ob man ob ich die zwei jetzt verwenden sollte da ist mir aufgefallen ja klar will ich ist auch nicht auf der hand dann mal bitte battlefield 1 1 1 raus hätte viel da ist wohl scheiße record die max er spiel das war eigentlich schon das war es jetzt sogar welche hast du jetzt genommen von dem horny corny ist nur die eine armee ja ich habe es jetzt nur die dampf als in to face geschehen und jetzt ist noch zwei freien ich war einfach noch mal wieso bricht das hier immer so krass was nervt voll und die versager vielleicht oder alternativ ja die ist zu groß für mich okay und jetzt hast du noch zweieinhalb minuten ich mache das in englisch das ist kürzer corny ist typik für mich mit einem oder ja war ich habe die runde beendet ich war ich war lustigerweise wieder am ende der runde aber es fragt mich ab pult schon wieder auf 180 für eine start ja danke creative assembly die automatische berechtigung ist gegen mich er hat ob die bürger war ich habe ob lieben ich habe bessere ich habe es sich schützen er hat griechische natürlich gewinnt er du kämpfst jetzt wie gesagt ist ja angreifst wir kämpfen ich wusste ich habe ich seit ich nehme übernimmte für die kann ich gar nicht so das einzige was mich aufregt ist der gen also das ist ja immer relativ wir haben aber wir haben piken er hat nur einmal piken und bekämpft gegen ki das einzige was wir jetzt schaffen müssen corny ist seine stadt schon weg zu machen und ich habe daran dass du jetzt nicht die punkte verlassen kannst du warten kannst ja ich habe gesagt ja ich weiß auch warum ich der einzige tippe wenn der mit ihr auf dem chance gibt ja du hast du konntest dich noch retten aber alle fliegen sie heute struppi er kommt whiskey bettelt dass er ein video mit ihr machen darf der will betteln wie du mit mir machen zusammen ja aber alle heißen ist kannst du ja ein bisschen geld abknüpfen dann kannst du ja er muss mehr er gibt erst mal 50 euro da ich überhaupt ein video machen wo ich erwähne habe ich ja gemacht drei videos habe ich im rand erwähnt in einem projekt habe ich 150 euro kassiert das ist das youtube money was man kennt und liebt ja eben und ich muss halt noch mal dass er kann das ein teil waschen und den und dann verteidigen wir mit dem piken erstmal die basis wir waschen den teil wo der gender bei ist der keine kapitel unterstützung hat ok wird aber erst mal stelle ich meine piken hinten auf ja ist ein piken die wird auf gar keinen fall in andere einheiten reingehakt als in seine dumme kleine schütze einheit und passt auf dass ich nicht sperren verballern er hat doch nur steiner ja die sollen noch weg er hat doch keine spiele die mich ballern können dort irgendwas was ich beballern kann ja denn der gen zum beispiel meine güte corny der gen ich weiß nicht ob der mit laufen soll soll die sollen einheiten dürfen sterben corny nein eigentlich nicht weil wir noch den zweiten teil der armee töten müssen ich meine nur im laufe dieser schlacht ja mit der leichten kaffee könnte es auch einmal leichter kaffee über die flanke schicken über ihre rechte rechte ja genau genau so dann lasse ich die sperrschiffe einfach hier lang fahren oder wir gucken wie auch so einfahren können ja der piken piken und jen bleibt zurück bei der gender gute fähigkeiten da wo du jetzt bist können sie nicht ran fahren muss hier an da geht's mit den schiffen ja die sollen ja die sollen ja richtung gegner fahren ach so gut ich stehe corny russberg nein das meine ich nicht aber okay ich werde sich jetzt bereit dann drückt start Okay, let's go. Okay, okay. Oh, Conny, wir rücken vor. Oh, ja. Oh, wir sind noch blicken. Oh, die beste Hände im Spiel. Hast du das? Hey, östliche Spielkrebs sind noch die Besten. Hey, Conny, er rennt auf deine Männer richtig aggressiv zu. Und er hat schon Angstbefehl gegeben. Du bist ein richtig krasser Lover, Alter. Wir haben gar keine Selve reingegeben. Conny, linke Flanke. Conny, dein Micro, Alter. Ja, wenn du gegen mich spielst, ist alles okay. Aber kaum spielst du mit mir. Ist alles vorbei. Boah, ich lass mich ja verschardschnitten, während ich im Fahrlangs bin. Jetzt schnapp ich mir mal die Fernkämpfer. Ja, ich schieße auch eigentlich nur auf Infanterie jetzt. Ja, ich schieße auch eigentlich nur auf Infanterie jetzt. Ja, macht sie fertig. Sieht eigentlich sehr gut aus. Ohhhh, zwei Trupps hängen sich aneinander auf. Danke Einheitenkollision, dass du nicht existierst. Ja, das ist bescheuert. Auf. Ah, die hat mir grad irgendwie alles gesagt gemacht. Die fangen einfach auf deine Schiffe rauf. Da sollen sie, die sollen sterben. Achso. Achso. Gott, was tut der Trupp da? Du sollst auf den Gen ballern. Nein da. Kannst du, dass du einen Angstbefehl mit dem Schützentrupp gibst, aber er geht auf einen Meter ran, um zu testen, ob er auch wirklich trifft? Ja. Oh fuck, sie tun es alle. Oh, die kommen alle jetzt durch hier drüben, ja. Die kommen jetzt langsam rüber. Ey, du musst nicht mit zweimal Kavalerie einschützen, den Trupp jagen Corny, what the fuck? Ich bin geflohen, du Nappel. Ich hab' die geschossen vorher mit dem Trupp, wo jetzt meine persische Kavalerie sind, das ja. Ich hab' nur dafür gesorgt, dass der jetzt wirklich fliegt. Also... Jetzt reicht's mir aber langsam. Guck ruhig noch mal das Video an, ja? Jetzt reicht's mir aber langsam. So, die Anstandschlag krieg' ich nicht. Weit weg. Ja, dann warte, bis sie wiederkommen, oder komm' erstmal zur Schlacht zurück, weil die rennen langsam Richtung Stadtmitte. Ich werd' mit dir immer die Infanterieplatte machen, ja? Die Hoblitenbürgerwehr und sowas, ja? Ja. Ja. Ja, ich wollte den eigentlich nur Rücken, ich baller den Rücken, ist kein Problem. Okay. Verhalt deine Kavalerie erstmal. Ja, aber jetzt kämpfen gleich den Herr Banner. Und pass' auf, der läuft auch hier rum. Hm? Und hier rum. Ja, ich seh's. Und hier eine dünne Pikenlinie. Hm. So. Fernkampf hier drüben ist tot. Gut. Armee ist... Armee... Also alles ist tot, oder? Ich seh' nichts mehr. Bei mir ist alles tot. Bei mir eigentlich auch. Wo soll ich hin? Äh, wir gehen jetzt in den Rücken, der Gegner schon am eh halt. Äh, versuch... Ähm... Am besten wär's noch, wenn du dir die Einheiten holst. Ja. Okay. Mach' ich. Wurde gemacht, Chef. Dankeschön. Jetzt. Schwere Karollerie. Schwere Karollerie. Oh, du. Da draußen. Lüge Männer tot. Oh, da komm' ich nicht durch, so lang die Kraft da ist. Kriegst du mit den Sperrkriegern? Nee, du stellst dich ja noch auf. Shit. Ja, ich mach' da eigentlich nicht sehr viel. Es ist mir ein bisschen zu viel. Ja, sagen gegen die Kraft kann ich relativ wenig machen. Die Pränkette hat da noch ein bisschen rum. Das ist müssen los. Ich warte kurz, bis er mit den Piken Nieren reingeht in den Angriff, dann kann ich mir die Verkämpfer schrappen. Ja, geht klar. Zumindest den Anfang. Nee, geht klar. Piegen halten auch sehr gut durch. Ich meine, kämpffrontal gegen Piegen, das... Naja. ...nicht grad die beste Idee, die er hat. Hä, er backt sich hier grad irgendwie vorbei. Siehst du das? Warte, warte, warte. Wo denn? Hier hat er sich versucht, vorbeizubarken. Er hat keine Angst, wenn ich richtig geb' der Trupp ist zu klein. Naja. Not my problem. Verdammt. Gehen wir mal rüber. Super, die Frank ist jetzt hier weg. Warte mal da rein. Wo ich die nächsten gleich, das ist ja nur noch steinschuldig auf der Seite. Das ist nur noch steinschuldig auf der Seite. Oh Gott. Auslösung. Ist halt so. Hä, könnt ihr mal ballern? Ihr seid jetzt eine Reichweite. Oh, schützen sie eine Reichweite. Wir sind doch trotzdem nicht ballern, ey. Das ist, das ist, das ist ein, das ist ein Krampf. Ja, dafür ist automatisches Feuer am besten. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Aber sie tun es jetzt entweder. Da hast du nur die Sperrträger von dir bei den Piken. Was ist das denn? Da sind sie halt noch Höge einmal. Äh, Gülse, du kannst die einhalten hier abziehen, da drüben irgendwo. Die Färterkappen, weil ich mich schnell. Wo, wo, wo? Ich hab's markiert. Äh, ich sehe keine Markierung, Corning. ich brauche nicht was weiß warum 10.000 trupps einen angreifen was übrigens noch obliegen die die tun nichts weil die keine männer mehr haben hier habe ich ausnummeriert mache ich immer damit die trupp sich endgültig weg sind warum habe ich nicht fortfahren gedrückt ich habe heute echten lauf von der persischen kavalerie ist keiner gestorben und vor den leichten kavaleristen sind vier gestorben das geht klar weil ich werde die automatisch berechnung gegen mich meiner armee weil meine corny kommst du hast ja schon gerade ich wollte nein ich hatte gerade angst das abgestürzt ist oder so was mir gelaufen wird gelaufen noch eine folge aufnehmen müssen noch eine folge aufnehmen müssen übrigens gibt was übrigens für euch wissen ja wir haben uns nicht welche spiele spielen wollen jetzt für die nächste runde und wegen dem geld und was dann übersteht ja er kommt das soll ich sagen rimsel hatte gesagt okay das kontrast machen und wir sind beide die größten drin ich war gut drin also was heißt gut ich war mal doppel ak aber das ist jetzt ein bis zwei jahre eher zwei jahre also wenn meine kenntnisse mich nicht ganz verlassen haben weil crosshair placement nicht richtig beschissen ist dann sollte ich korny über den tisch ziehen ja aber das beste ist ja noch wir machen das ganze nicht alleine ihr könnt mit machen und dafür ist in der beschreibung jetzt ein link zu einer steam gruppe wo ihr euch melden könnt einmal meine oder für grimmsels gruppe bei grimmsel für die die für mich oder bei mir mitspielen könnte meinem team und bei mir die für grimmsel und du meintest oder kommt wenn ihr bei mir mitspielen wollte dann schreibt die systemgruppe ist einfach nur beitreten ist offen so okay aber wieder andersrum verteilt die welt genau wie wenn man am vortauscht genau weiß was geil ist hat mir handelsabkommen angeboten auch nein das finde ich voll heiß gemacht habe ich hätte ich jetzt nicht okay das heißt eigentlich habe jetzt freie expansion nach norden weil ich mich nicht verteidigen muss für dich schon etwas weiß so ja schon ziemlich schlägt man richtig ja ja ich schicke dich der fließe ist er kann ich du könntest wir könnten auf das haben wir packen ganz kurze stichhaltig sackhaare wechseln man sieht man so ein bild von typen der sich gerade in die hose nein du siehst einfach nur so typisch sagt wie du soweit wie du halt zeigen darfst im thumbnail wobei wenn du sowas in katekasse bist erlaubt ist kannst du auch einfach richtige nehmen machst du einfach ein selfy corny weiß bescheid und dann hältst du daneben so das wechseln also diesen wechseln streifen und so ein pluszeichen boah ich weiß jetzt schon wie dein thumbnail aussieht das war zu clickbait leute tut mir leid musste leider sein oh leute ey dass ihr euch diesen scheiß noch gebt finde ich mega korrekt keiner mag mich ja natürlich mag dich keiner du bist ja auch scheiße warum beleidigst du oh corny das war doch alles so ernst gemein ja ja jetzt darfst du dran oh nein ich habe noch eine aufsteigungsfähigkeit ich habe noch eine aufsteigungsfähigkeit oh ja massenvergiftung oh ja das darfst du nicht an mich anwenden an mich anwenden darfst du nicht an dich anwenden an dich anwenden darf ich nicht wenn du weiter hier an kommst dann gibt's alter man ey was willst du klatschen rechts oder klatschen links oh rechts okay gut dann wäre es ja geklärt dein name war hornikornia ist richtig ja warum nicht klok 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 gut leute hat mir wie immer spaß gemacht das video ich hoffe natürlich ihr werdet beim nächsten fahrt auch mit dabei sein und ich würde es natürlich sagen man sieht sich wie immer beim nächsten mal und los klok 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 Claro ja natürlich mein tisch ist fast cos ć 국i bei boRny ist das immer so ja aber bei BoRny ist das immer so ja klar immer wenn 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 bei CoRny sein Eltern irgendwie hören dass sein tisch um geschwistern wollen denken sie sich auch CoRny nicht schon Ich hab Durchschlagskraft. Nicht schon wieder. Werdet ihr den Film Hancock? Oh Gott, Corny, nein. Doch, weißt du, wo der 6 hat? Oh, 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 na. Oh, nein. Der schießt noch die Decke. Ja, aber Corny. Ja, was meinst du, wieso ich denn ganz oben schlafe? Im Dach. Da würde ich das Fenster aufmachen, man kann wenigstens rausschießen und das Dach nicht. Corny, wir spielen Worm 2. Ich weiß nicht, ob ich das so grad feiern soll, dass wir diesen Content haben oder ob ich's scheiße finden soll. Ich weiß es nicht. Ja, komm, ich hab Söldermannami und einen Gen. Welcher Trupp ist am Ende komplett zerstört? Ja, der Gen-Trupp. Ist ja nur am schwierigsten auszutauschen. Oder halt, ist schon am einfachsten auszutauschen, aber man hat halt nicht immer Bock drauf, ne? I kill you. Corny, sing bitte weiter. I kill you hard. You, you, leave me. Oh Gott, Corny. Wieso sind sie nur so reudig? Grimsel, ich würde alles für dich tun. Nein, oh nein, oh, oh nein. Bitte nicht. Bitte tun null Komma gar nichts, okay? Du kennst das Video doch. Oh Gott. Leute, ihr müsst wissen, Corny hat mir, ja, ein Dick-Pick geschickt. Als, als er früher angefangen hat, Meilke. Und mit dem, mit dem Unterworten ein bisschen Push gefällig. Einstiegs-Ritual. Habe ich noch mal so an den Ball? Hat's gefallen. Mir hat's, ey. Muss sagen. War schon. Also, man kann sich nicht beschweren. Kann man sich mal gönnen, oder? Na ja. Klar. Nein! Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ich habe aus Versehen ein Friedensangebot geschickt, was ich nicht schicken wollte, aber er hat abgedehnt. Dede. Alles richtig gemacht. Komm, sag, was soll laufen? Schon das vierte Ding heute. Ja, es tut mir leid. Du verwirrst mich auch mit solchen Themen. So was kann ich auf YouTube lernen. Wobei, das ist, was YouTube und Sexismus angeht, immer auch noch bestimmt unter den, so in den 1% von Nichtsexismus, ne? Wenn es das Sorge-Skala gäbe. Das ist echt traurig momentan. Ja. Wird mich nicht wundern, wenn es irgendwann professionelle Sexvideos gibt, wo erkennt, wie das funktioniert. Ey, gibt es doch schon. 61 Minuten Sex. What the fuck? Jetzt möchte ich nichts mit mir handeln, ey. Kennst du nicht die Channels, die das machen, die von sämtlichen YouTubern promotet werden? Ja, natürlich. Ja, Conny. Wie? Neu auf YouTube, oder wie? Ja, leider. Neu im Business. Ja. Oh. Ähm, du bist dran. Mach die Foto platt. Ist das geil, dass jetzt erklärt mir alle Leute, die mich normalerweise hassen würden, Handelsabkommen. Ich finde das mega nice. Ja. Problem ist es, jetzt ist mein Feintrick, den ich eigentlich angreifen wollte. Genau, welcher denn? Ah, die Helvetia. Ja, wo sind die denn? Wir sind in Helvetien. Oh, was? Ja, unglaublich. Alter, Conny. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie geil ihr das findet, dass Conny das gerade rausgehauen hat. Tja. Conny, erzähl mal, wie du drauf kamst. Ja, ganz einfach. Ja, nochmal. Dachte mir, Helvetia ist eine Bezeichnung für eine Region. Ja, Alter. Erzähl mal bitte mehr. Nee, heute nicht. Kann ja nicht alle meine Geheimnisse verraten. Ja, ich denke. Ja. Und die Zuschauer denken sich nur so, Mama, ich habe ein Video gekriegt. Das sind diese Killerspiele. Ja, das sind diese Killerspiele. Killerspiele machen alles kaputt. Wie viel Geld bekomme ich eigentlich vor, durch die Rita? Wow, 189, das reicht mal so wenig. Oh fuck, jetzt mögen mich die Helvetia auch noch, es gibt es doch nicht. Ich will Krieg mit denen. Ach, Conny. Ja. Mann. Weiß. Hä? Oh fuck, ich habe die Zeit gekriegt. Da wäre ich hart dran zu fangen. Ja. Die Frage ist, wissen alle Leute, was zu fangen bedeutet? Nein. Mach den Ziegenbart. Ja. Hast du Ziegenbart gemacht? Ja. Juhu. Ich weiß nicht, was gerade, weißt du, was ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber das war schon, das reichte schon vollkommen aus. Aktuelle Situation. Ah, irgendwie, läuft es bei mir jetzt auch gerade, ja, Conny, dein Husten ist wieder da. I, I, who's for you? You, who's for me? Eigentlich gibt es auch in englischem Wort wie Coach, oder wie wird das genau aussehen? ausgesprochen. Was? Hä? Was? Hacke? Hä? Hacke? Hä? Hacke. Hä? Hacke. Oh. 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 Conny! Entschuldigung. Es hat sich ausgeschuldigt. Nee, mach mal hin. Conny. Conny, wir müssen Ihren Verrat gestehen. Wieso muss ich meinen Verrat gestehen? Ja, du musst dein Verrat gestehen. Wieso? Ich stehe. Okay, ich gestehe. Wofür gestehe ich? Ja, das, Conny, wofür gestehst du? Denk nach. Ach, meine Größe des Penis. Ach, na, Conny, Conny. Wofür gestehst du? Keine Ahnung. Erzähl es mir. Conny, bitte. Gestehe. Nein, ich warte jetzt einfach nur vier Minuten, bis die Uhr vorbei ist. Gut, da warte ich jetzt auch vier Minuten. Ich glaube, sie ist für ein Arsch. Wir warten, ne? Da sagt man ja, ich bin schlimm. Äh, was hattest du euch schon noch vor, Conny? Ich, ich wollte mir noch einen runterholen. Okay. Oh, er hat's getan. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast, Kempel. Was habe ich getan? Runde beendet. Hey, darf ich nicht? Oh, was will Rodos? Will Rodos Frieden? Gleiche. Hä, sie wollen handeln. Oh, handeln. Könnt ihr immer noch die Illure angreifen? Hm. Ach, Conny. Aber weißt du was? Was? Der Part ist vorbei. War es der schon vorbei? Ja, sei denn, wir machen Überlänge. Ach komm, machen wir noch kurz Überlänge. Mach mal ein bisschen Überlänge. Hä, seit wann machen wir das? Seit wann mögen unsere Zuschauer? Ähm, ich glaube, das war, hat angefangen vor zwei Wochen. Ach, fuck, man, Alter, ich erinnere mich. Shit, ey. Was machen wir da jetzt? Mach einfach erstmal einen Dickpick. Okay, komm. Ich möchte erst mal pro Zeit, du baust das dann, so fern, okay? Passt das überhaupt drauf? Also bei mir nicht, ich brauch zwei Handles. Mindestens. Na, nee, ähm... Hä, nee. Warte, ich versuch's gerade. Shit, ey, ich hab jetzt keinen Bock, meine Hand ganz hochziehen, sonst passt das ja gar nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Meine Hand passt nicht mal rum. Hä, ich sagte hochheben und mit dem Handy das... Conny, das war eine schlechte Überleiter, bitte gehen Sie sich nicht vergaben. Ja, die Prosker sind totgemacht. Wisst ihr, immer wenn Conny sein... Genauso wie ich... Also wenn immer Conny und ich gerade gar nichts tun und ich... Die sie gerade die Kampagnenkarte nicht bewegen, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Wir können halt nicht mit einer Hand während der Sacht die Feiltasten. Was? Ich muss Rom... Ich muss Rom einnehmen, um zu gewinnen. Und Credits haben jetzt so viel Arbeit gemacht, dass Halte mit in dem Rom-Ding drinsteht, weil es so viel Arbeit gekostet hat, das zu tun. Und so. Mene Fresse, Alter. Scheiß Creative Assembly, Alter. Ich das play alle ihre Spiele, aber scheiß Creative Assembly, ey. So wat von. So wat von. Bitte, hier, du darfst. Will nicht mehr. Oh. Ben dran. Oh. Er ist dran, er ist dran. Du, 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 du... Warte, Conny. Schweige, schweige Minute, ich habe ein Ereignis. Benötig der Aufmerksamkeit. Von den Göttern, gesegnet ist der Titel. Eine Priesterin der Bluber ist erschienen. Eine gute Zukunft. Bis oben. Prost 4. Wir müssen feiern. Ein weißes Schabwollfall, eine Kuh. Ich opfer Conny. Ich habe gar nicht gefragt. Ja, Conny, musst du... Du musst doch nicht. Musst du wirklich gefragt werden, Conny? Ja. Ja, Leute, schweige Minute für Conny. Ja. So, da sah das gleich eh ausgelöscht sein wird. Wenn ich schnell noch mit dem Frieden mache, dann bin ich okay, dass er auch was gehört kann. Heiß, ich muss Krieg mit Syracus führen. Krieg die Wand doch an. Krieg die Wand doch an. Krieg die Wand doch an. Nein, ich möchte ein Handelsabkommen. Boah. So, Grimsi, wird mir höchste Zeit, dass ich mal wieder Rome and Great again mache. Oh, nein. Das Niveau sinkt, Minute für Minute. Hier ist der IMAX Niveau. Wir sinken. Hä? Vonny, warum kein Jobliebner rekrutieren? Ähm. Was haben wir rausgemoddet? Sicher hast du es aus der... Ja. Ah, ich weiß, woran es sich nicht. Ich arbeite... Ich benutze ja wieder ein Mod. Das war so, wie man daran herumgespielt hat. Das heißt, ein gewisser anderer Mod hat damit herumgespielt, aber der Ende zu alte Version genommen. Uh, jetzt aber rausgegeben. Jetzt ist Grimsi, dann rekrutiere ich einfach keine Obliten. Warum hattest du überhaupt Obliten, als gegen Saadis gekämpft hast? Hm? Warum hattest du Obliten, als gegen Saadis gekämpft hast? Äh, hatte sie von Saadis. Als Marionettenstaat-Einheit. Die habe ich eine Runde vorher von denen genommen. Ja, 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 ja. Hä, ist doch wirklich so. Das ist jetzt keine Lüge. Ich kontrolliere. Na gut. Aber, Conny, wir müssen jetzt hier den Part wirklich beenden. Oh, noch eine Runde. Nein, Conny, jetzt ist vorbei. Ich beende jetzt den Spaß. Ich muss der Böse für die Zuschauer sein. Jetzt tut mir leid. Okay, Leute. Sie sind die böse Grimsi? Ja, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Aber denkt daran, ich könnte beim Counter-Strike mitmachen. Unten in der Beschreibung, links. Ja, genau. Dann klicken, mitmachen. Wir nehmen zwei Leute pro Team auf. Und verlieren. Ja, bei Conny natürlich. Natürlich. Nein. Ansonsten, Leute, habe ich. Es hat euch wie immer nicht gefallen und es sieht sich wie immer. Beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.